Jo, was geht Leute? Hexe hier und herzlich willkommen zu weiteren Clip of the Week hier auf dem Social Sniping Channel. Da ich allein so unfähig bin, habe ich einen Gast mitgebracht. Stell dich doch mal vor. Jo, was geht ihr Esel Ficker? Euer Salat ist back am Start mit seinem ersten Commentary. Ja, du mein Gast bist, kannst ja mal direkt den ersten Clip kommentieren. Jo, also wir haben gerade den Clip von Ryze, von dem lieben Ryze mit seinem 1080 Off-Turbine. Und das Besondere an dem Clip ist, dass er einen Neck gemacht hat. Zwar nur ein Moni-Deck, aber das geht auf jeden Fall klar. Und ja, kommen wir zum nächsten Clip. Ja, also beim nächsten Clip sehen wir Social Tribey. Er spielt hier auf Nuketown mit der Ballista mit offenen Visierungen. Und ja, Jungs, was er da anrichtet, unglaublich. Da fehlen mir echt die Worte für. So, beim letzten Clip sehen wir den lieben Social Talat, wie er leider Gottes den 1800-Bootbank gehitmarkt hat. Wäre ich an seiner Stelle gewesen, würde ich mich natürlich sofort umbringen, aber Gott sei Dank war ich es nicht. Und das war's mit der heutigen Episode von Clip of the Week. Habe ich dir jetzt erlaubt, den Closer hier zu machen? Unglaublich. So dreist. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann nicht. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal.